Hier scheint der äußerst gute Laune zu helfen. Wie war die HMT für euch dieses Jahr? Also hat sehr viel Spaß gemacht, war erfolgreiches Interesse, war da an den neuen Produkten, also auch an unseren neuen Sachen für die BMWs, war wirklich interessant für uns. Also steht euch echt gut. Wir als Hersteller sind sehr zufrieden mit der Ausstellung hier in Hamburg. Die 21. HMT haben sich für uns bis dato als echter Erfolg gezeigt. Wir haben einen super Zusprung unserer Kunden auf die neuen Modelle. Wir haben auch fünf neue Modelle mit hier hergebracht und wir sehen, dass ein ganz, ganz starkes Interesse an unseren Fahrzeugen besteht. Vor dem Hintergrund sind wir natürlich sehr froh, hier gewesen zu sein und ich denke mal, dass wir im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder dabei sein werden. Christian, wie war es für Sie? Hallo, das war eine sehr schöne Messe. Wir haben unglaublich viele Besucher gehabt. Es wird jedes Jahr interessanter. Ja, also unsere Besucher sind nicht nur zahlenmäßig sehr gut gewesen, sondern auch qualitätsmäßig. Wir haben tolle Gespräche gehabt und wir haben ein paar Motoren da verkauft, was auf der Messe ja nicht selbstverständlich ist. Schöne Sache. Tolles Event. Bis nächstes Jahr. Vielen Dank. Hallo. Wie war es? Bisher waren wir sehr zufrieden. Nette Leute hier. Publikum bei uns auch sehr fachorientiert. Wir waren in den vergangenen Jahren schon auf anderen Ausstellungen. Und was man hier nicht hat, im Gegensatz zu denen zu viele Schnacker. Danke. Bitte. Für uns im Großen und Ganzen waren wir zufrieden. Aber wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir seit Jahren herkommen, Folge dessen Stammkundschaft haben. Deswegen renziert sich der Weg überhaupt von Bayern hierher. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ich hoffe es auch. Bis zum nächsten Mal.